Hallo, heute gibt es ein neues Video aus unserem Partner Tierheim in Manduria von unserer Tierschutzfreundin Valentina und wir stellen euch den wunderschönen Ruben vor. Musik Wie ihr seht, er ist ganz hell ein Mischling und er ist sehr, sehr freundlich. Ruben hatte aber wirklich kein schönes Leben gehabt. Seine Familie hat ihn als kleinen Welpen gekauft und dann, solange er klein war, war er auch noch interessant. Dann wurde er größer und er ist wirklich ein imposanter Kerl. Wir schätzen ihn auf circa 70 Zentimeter Schulterhöhe. Und als Ruben dann ausgewachsen war, wurde er an die Kette gelegt und zwar für mehrere Jahre. Ruben ist aber ein sehr aktiver Hund und er war an der Kette wirklich super unglücklich gewesen, so wie jeder Hund, der an der Kette gehalten wird. Und dann haben seine Besitzer ihn im Kanäle hier bei unserer Tierschutzfreundin Valentina abgegeben. Ruben kennt andere Hunde, Ruben kennt Kinder und ist mit diesen auch verträglich. Also, wir suchen für ihn eine Familie, die Spaß an Aktivität und Arbeit mit ihrem Hund hat. Denn Ruben ist ein sehr aktiver und sehr, sehr gelehriger und intelligenter Hund. Das heißt, er möchte einfach auch mit seinen Menschen arbeiten. Zeig mal dein Gesicht und nicht nur dein Popo. Er ist wirklich unglaublich freundlich, Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und zutraulich, sehr verschmust. Also, wenn sich jetzt aktive Menschen angesprochen fühlen, die wirklich Spaß daran haben, mit ihrem Hund zu arbeiten, Hundesport zu machen, Mantrailing, Pferdensuche, irgendwie sowas oder mit dem Hund laufen gehen wollen, dann ist das wirklich der perfekte Hund. Gerne können Kinder im Haushalt sein. Sie sollten auf jeden Fall aber standfest sein. Denn Ruben ist wirklich sehr, sehr aktiv und springt auch gerne rum. Natürlich suchen wir auch sensible Menschen, die ihm einfach auch zeigen, dass das Leben draußen ganz toll ist und es ein Leben ohne Kette eben auch gibt draußen. Und wenn ihr euch jetzt in diesen wirklich ganz, ganz wunderschönen und unglaublich lieben Rüden verliebt, meldet euch im Tierrefugium Hanau. Die Kontaktdaten blende ich euch hier unten ein. Ruft an, schreibt eine Mail, vereinbart einen Besuchstermin und wir informieren euch über das weitere Vermittlungsprozedere. Und dann hoffen wir doch ganz stark, dass Ruben ganz schnell ein neues Zuhause findet. Also, die ganzen Leute, die helle Hunde suchen, hier ist er. Wundervoll, einfach total lieb und verschmust. Meldet euch, wir drücken Ruben die Daumen und hoffen, dass er ganz schnell ein neues Zuhause findet. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Wundervoll, einfach total lieb und schreibt ein neues Zuhause. Vielen Dank.